Wie du mit deinem Hochpreis-Coaching von 50.000 Euro im Monat auf 500.000 Euro und mehr kommst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist René Schoppe, mir gehört die Agentur Autima und heute möchte ich dir eine Strategie vorstellen, die du höchstwahrscheinlich noch niemals kennengelernt hast. Nein, es geht heute nicht um den nächsten Facebook-Ad-Trend, nein, ich werde dir heute nichts über ChatGPT erzählen, über Chatbots, über School oder ähnliches, sondern heute reden wir über eine Strategie, die mit dem Goldschatz arbeitet, den du schon hast und möglicherweise schon lange, lange übersehen hast. Warum kann ich eigentlich darüber reden? Nun, wir haben in den letzten Jahren viele Hochpreis-Coaches begleitet, um ihr Business richtig auf das Umsatzniveau zu skalieren, wo sie eigentlich hingehören. Darunter sind viele Bekannte, die du wahrscheinlich auch kennst, wie Hermann Scherer, Tobias Beck, Stefanie Stahl, Thorsten Wittmann, Jan Becker, Dr. Martina Stotz, Simone Abelmann und viele, viele mehr, die mittlerweile mit ihrem Business weit in den sechsstelligen oder sogar siebenstelligen Bereich Umsatz machen. Und hierfür haben wir eine ganz besondere Strategie, die nichts mit Meta-Ads zu tun hat und wie gesagt auch nichts mit Chatbots zu tun hat. Und wie das ganz genau funktioniert, was du dafür haben musst und wie im Detail diese Strategie aussieht und wie einfach du sie umsetzen kannst, all das erfährst du heute in diesem Video. Falls du mit deinem Coaching-Business jetzt schon im sechsstelligen Bereich bist, gratuliere, du machst schon sehr, sehr viel richtig, dann ist diese Strategie, die ich dir heute vorstelle, der wahrscheinlich längste Hebel, den du in deinem Marketing ziehen kannst. Von daher solltest du vor allem bis zur Vorstellung, wo ich die Strategie im Detail vorstelle, dranbleiben, denn da sind alle wichtigen Insights für dich drin. Wenn du momentan mit deinem Coaching-Business noch unter sechsstellig bist, ist überhaupt gar kein Problem, denn hier werde ich dir die ganzen fehlenden Wissenslücken mit einmal füllen, sodass du halt auch die Sechsstelligkeit schnell erreichst und dann auch dementsprechend mit der nächsten Strategie das nächste höhere Level erreichen kannst. Beginnen wir mit dem Grundverständnis. Also die Frage, wie komme ich denn mit meinem Hochpreis-Coaching denn überhaupt erst mal auf diese Umsatzschwelle, irgendwas 40.000, 50.000, 60.000 Euro im Monat? Und hier gibt es im Endeffekt vier Themen, die müssen geregelt sein. Es gibt nicht mehr, es gibt nicht weniger. Es gibt vier Themen. Wenn du da einen Haken dran machen kannst, dann haben wir das erledigt. Als allererstes brauchst du natürlich eine klare Positionierung. Ist keine Überraschung. Ich weiß, und im Endeffekt besteht die Positionierung nur aus zwei Themen. Du löst für eine potente Zielgruppe, die man targetieren kann, ein konkretes Problem und zwar besser als alle anderen und das idealerweise hochpreisig alles andere funktioniert nicht, aber das weißt du ja schon. Du schaltest schon profitabel Meta-Ads und profitabel heißt, du hast eine Webseite oder eine Landingpage, die funktioniert also im Sinne von Anfragen für Erstgespräche kommen rein und du hast einen Return on Ad Spend, der im positiven Bereich liegt. Das ist eigentlich schon alles. Es gibt hier zwei Ausnahmen. Zwei Ausnahmen, die haben wir in der Praxis tatsächlich mehrfach gesehen. Deswegen würde ich sie erwähnen. Alle Ausnahmen, die wir in der Praxis einmal gesehen haben, die würde ich gar nicht aufzählen. Aber es gibt zwei Strategie-Alternativen zum Meta-Ads, die auch sehr gut funktionieren und auch bei vielen Coaches funktionieren. Und zwar einmal, du hast ein sehr starkes Outbound-Telesales-Team. Wenn du das hast, kannst du deinen Vertrieb also anders heben über dein Telesales-Team oder du hast eine funktionierende Facebook-Gruppenstrategie. Du arbeitest also mit Gruppenstrategie und machst immer Launches. Auch das hat seine Vor- und Nachteile. Wenn du immer Launches machst, weißt du ganz genau, wie anstrengend das ist, immer einen Launch zu machen und du hast halt die vier bis sechs Peaks im Jahr. Okay, aber auch dann wird dir diese Strategie, die ich dir heute vorstelle, extrem helfen, weil sie wird alles, was du zwischendrin machst, wie ausgleichen, wie glatt bügeln, sodass du nicht mehr von diesen Peaks abhängig bist. Natürlich ist dein Vertriebsprozess auch schon glasklar. Du weißt, was Openings, Setter und Closer Calls sind. Und dein Fulfillment funktioniert natürlich im Gruppencoaching mit einem Online-Kurs zusammen. Das sind die Basics und die sind für alle, denke ich, klar. Von daher würde ich jetzt einmal dir zeigen, mit welcher Strategie du genau reinkommst. Und diese Strategie, die ich dir jetzt vorstelle, die hat tatsächlich mit einem eigenen Schmerz zu tun, den wir lange Zeit hatten. Denn diesen Schmerz, den ich dir jetzt vorstelle, kennen wir aus der Praxis. Nicht nur von unseren Kunden, sondern auch von uns selbst. Er fängt damit an, dass dein Vertrieb sagt, du, wir haben keine warmen Leads mehr und wir müssen jetzt irgendwie nachfüllen. So, und du fühlst dich jetzt natürlich irgendwie missverstanden als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer und sagst, ja, okay, wir haben keine warmen Leads. Du guckst ins CRM, da sind doch tausend Daten drin. Das hat natürlich damit zu tun, du machst höchstwahrscheinlich, hast du eine sehr gute Reputation und viel Sichtbarkeit im Markt. Das haben irgendwie alle erfolgreichen Coaches. Und dann hast du den Punkt, dass du immer wieder Leads bekommst, die sich direkt fürs Erstgespräch eintragen. Und die sind natürlich, ja, für den Vertrieb ein Elfmeter ohne Torwart. Sind wir doch mal ehrlich. Vertrieb hat doch früher anders funktioniert. Also die Zeiten, wo man durch Regen und Schnee gestapft ist, um kalt irgendwo zu klingeln oder halt kalt das Telefonbuch aufgeschlagen hat und Leute angerufen hat, die Zeiten sind vorbei. Und der Vertrieb arbeitet heute meistens nicht mehr so. Und deswegen kommt dann sehr schnell das Gefühl von, oh, ich habe keine warmen Leads mehr. Und genau dieses Problem erstreckt sich meistens sogar über mehrere Abteilungen. Das heißt, schlimmer noch, du hast vielleicht sogar Marketing, eine Marketingabteilung, und die sagt, naja, der Vertrieb liefert nicht richtig. Und der Vertrieb sagt, naja, Marketing funktioniert nicht so richtig. Und du hast vielleicht sogar einen Abteilungskonflikt. Dann wird das Ganze kritisch. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so wie es bei fast allen Kunden von uns ist, irgendwie kommt dann der Chef, zückt die Kreditkarte, und naja, dann erhöhen wir halt das Ad-Budget wieder und setzen wieder eine Schippe drauf auf das Ad-Budget. Und jetzt hast du hier folgende Probleme. Dieses Spiel klappt halt nicht ewig. Wenn es ewig klappen würde, mein Gott, wäre die Welt einfach. Wenn du einfach sagen würdest, ich schmeiße mehr Geld in den Kanal und wir kriegen linear zum gleichen Preis mehr Leads, hätten wir alle dieses Problem nicht. Das Problem ist, du hast natürlich diese Gauss-Schiff-Verteilungskurve auch in jedem Traffic-Kanal. Das heißt, du kannst bei Facebook irgendwann nicht mehr weiter auf deine Zielgruppe targetieren. Und wenn du dann mehr Geld draufwirfst, um das Problem zu lösen, entstehen neue Probleme, nämlich, dass der Cost per Lead so weit steigt, dass es schon wieder unrentabel wird. Das heißt, du kannst in deinem Budget bis zu einem gewissen Level der gläsernen Decke skalieren, aber dann nicht mehr. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Wege, wie du aus dieser Nummer rauskommst und wie du dann natürlich auch das nächsthöhere Umsatzlevel erreichst. Da gibt es zwei Lösungswege und Lösungsweg Nummer eins heißt, einen neuen Kanal aufbauen. Höchstwahrscheinlich funktioniert für dich ein Kanal extrem profitabel. Meta-Ads zum Beispiel. Oder du hast einen extrem erfolgreichen Instagram-Kanal. Und jetzt ist es wichtig, dass du dann natürlich irgendwann weitere Kanäle aufbaust. Ja, irgendwann musst du das übrigens auch machen. Also du kommst an einem bestimmten Punkt dann nicht drum rum. Also wenn du ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen willst, also wir haben Kunden, die machen halt über 20 Millionen Euro Jahresumsatz und die bedienen irgendwann alle Kanäle. Aber es ist nicht der effiziente Weg, sofort weitere Kanäle zu machen. Es hat natürlich den Vorteil, wenn du einen neuen Kanal erschließt, du hast wieder komplett neues Lead-Potenzial, denn nicht alle Leads sind auf allen Kanälen. Aber es hat halt extrem viele Nachteile. Denn du hast in dem neuen Kanal am Anfang gar keine Algorithmus-Kompetenz. Und das ist ein echtes Problem. Also dein Team ist irgendwie eingeschossen auf ein Thema und möglicherweise du auch. Und du bist jetzt bei Instagram, du kommst mit der Plattform perfekt. Klar, es ist wunderbar. Aber bei LinkedIn, bei Facebook, bei TikTok, bei YouTube, im Podcast, da ticken die Uhren anders. Und du kannst nicht die Strategien eins zu eins so nehmen. Inhaltlich, mit dem Thema Launch und so. Ja, aber nicht deine Präsenz. Die funktioniert auf anderen Kanälen einfach schlichtweg anders. Deswegen gibt es Menschen, die sind auf einem Kanal extrem sichtbar und auf anderen nicht, die vermeintlich einfacher sind. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die haben bei YouTube eine Riesenreichweite, die ja bekanntermaßen nicht so einfach aufzubauen ist wie bei Instagram. Bei Instagram sind sie aber fast unsichtbar, obwohl sie dort teilweise den gleichen Inhalt pushen. Das heißt, du brauchst eine Algorithmus-Kompetenz. Und diese Kompetenz musst du und dein Team, müssen die sich anlernen. Und die kannst du leider auch nicht so einfach einkaufen. Gerade dann, wenn Freelancer zum Beispiel sagen, ja, ich kann dir alle Kanäle bedienen, dann weißt du, sie haben eigentlich höchstwahrscheinlich in gar keinem Kanal eine Algorithmus-Kompetenz. Denn dann wüssten sie, alle Kanäle zu bedienen ist nahezu unmöglich als Einzelperson. Das nächste Problem ist, du hast halt meistens keinen Anfangsbestand. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte meine Meta-Ads ausweiten auf Google Ads und gehe jetzt dort auf MaxPerform oder auf Lead-Ads mit Display oder ich gehe auf LinkedIn, dann hast du dort keine Datenbasis. Das heißt, auch hier beginnt das Spiel von vorn. Du musst anfangen, einen komplett neuen Kanal zu etablieren. Das ist natürlich extrem zeitaufwendig und das Ganze muss ja neben dem normalen Business weiterlaufen. Das heißt, du hast das Problem, Fokus immer wieder darauf richten. Du willst ja auch den alten, funktionierenden Kanal nicht abschalten oder nicht liegen lassen. Und dann sind sehr viele Iterationen nötig, bis das Ganze wieder läuft. Wie gesagt, irgendwann musst du da durch und wahrscheinlich kennst du diesen Schmerz schon und versuchst es einfach zu vermeiden. Aber irgendwann musst du da durch. Aber nicht heute. Denn es gibt eine Alternative, du nutzt die vorhandenen Kanäle effizienter. Was bedeutet das? Also als allererstes hast du den Vorteil, der Vertriebsweg bleibt genau der gleiche. Alles, was du jetzt machst, bleibt identisch. Gleiche Ad-Budget, gleiche Ad-Plattform, gleicher Vertriebsweg, gleicher Online-Kalender, gleiche Terminarten, alles gleich. Es ist der gleiche Funnel. Du musst auch hier nichts technisch Neues aufbauen und es sind auch die gleichen Plattformen. Und der Punkt ist, du kriegst einfach mit dem, was du jetzt machst, einfach mehr raus. Also auch ohne mehr Sichtbarkeit zu machen, es wird effizienter. Das ist ein wichtiger Unterschied. Man unterscheidet ja immer in dem Punkt Effektivität und Effizienz. Und natürlich ist es effektiv, eine neue Plattform anzugehen, aber nicht zwingend effizient, weil du sehr viel Zeit verlierst, Geld verlierst etc. Aber im Longplay möglicherweise mehr Leads. Allerdings bin ich ein Fan davon, Dinge erstmal effizient zu machen, bevor ich eine neue Baustelle aufmache. Weil du weißt das auch, am Anfang waren deine Meta-Ads noch höchstwahrscheinlich nicht sofort profitabel. Richtige Plattform, richtiges Medium, aber es hat noch nicht sofort konvertiert. So, das heißt, du hast dann daran gearbeitet, effizient zu werden mit der einen Plattform. Und irgendwann kommt der Tipping-Point, wo es kippt und dann anfängt richtig Spaß zu machen. Und genau das kann man weiter ausreizen. Diese Schwelle kann man noch weiter nach oben legen und effizienter werden. Es gibt auch einen Nachteil, muss ich auch ganz klar sagen. Es ist natürlich limitiert auf die aktuellen Leads. Das heißt, wenn du im Monat beispielsweise jetzt Stand heute 400 Leads generierst, wirst du danach auch 400 Leads generieren. Der Unterschied ist, du wirst halt von diesen Leads mehr konvertieren. Du kriegst also die gleiche Menge oben rein, aber der Funnel wird faktisch gesehen breiter. Du kriegst also mehr bis runter konvertiert. Und hier möchte ich dich, um dir die Strategie einmal vorzustellen, zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Das habe ich in einem Workshop gemacht und die Teilnehmer waren ehrlicherweise ziemlich verblüfft. Und ich lade dich jetzt einfach mal kurz ein, das mitzumachen. Wir beginnen mit einer Frage und der Frage, nämlich wie viele Unternehmen haben deine Daten? Wenn du magst, kannst du auch ganz kurz das Video pausieren und mal kurz darüber nachdenken, wie viele haben meine Daten. Ich kann dir einen Tipp geben, wenn du jetzt denkst, ein Dutzend, 50 oder 100 liegst du weit daneben. Denn wie viele Unternehmen haben denn wirklich deine Daten? Denk einfach mal aus dem ganz normalen Alltäglichen, angefangen bei Krankenkasse, bei deinem Autohaus, bei den Handwerkern, die du alle schon mal irgendwann in deinem Haus oder in deiner Wohnung hattest, bei Vermietern, bei Anwälten, bei denen du schon mal einen Termin hattest. Denke weiter an alle, wo du eine Karte hast, eine Bonuskarte, an die Ladengeschäfte. Denk an die Online-Shops, die alle deine Daten haben, aber höchstwahrscheinlich nicht damit arbeiten. Denk an die ganzen Softwareanbieter, wo du Software gemietet hast, die du momentan brauchst, um dein Business aufrechtzuerhalten. Viele, viele, viele Unternehmen haben deine Daten. Im Workshop wurde als häufigste Zahl tatsächlich 500 genannt. Also die Vermutung liegt hoch, dass du auch jetzt selber merkst, es sind mehrere hundert Unternehmen, die deine Daten haben. Und die Frage ist, wie viele von denen melden sich regelmäßig bei dir? Und hier ist eine Riesenlücke, eine eklatante Effizienzlücke, die wir alle sehr schnell übersehen. Die meisten bekommen Kaltakquise-Anrufe. Und zwar relativ häufig von irgendjemandem. Aber wie häufig rufen dich denn Unternehmen an, bei denen du bereits Kunde bist? Unternehmen, bei denen du Kunde warst? Unternehmen, bei denen du dich interessiert hast, aber nicht abgeschlossen hast? Das sind in der Regel extrem wenige. Wenn ich jetzt an mein Autohaus denke, mein Autohaus verpasst immer den Moment, wo mein Leasingvertrag ausläuft und meldet sich im Prinzip zu spät. Das heißt, ich habe dann eigentlich schon entschieden, wenn dann jemand sich meldet oder vielleicht auch nicht mal meldet. Verrückt. Die Erkenntnis sollte also sein, das Gold liegt eigentlich in der Datenbank. Immer dann, wenn ich Unternehmen frage, kannst du dir vorstellen, mit dem, was du jetzt schon hast, einfach mehr Umsatz zu machen? Also glaubst du, dass man, wenn man alle, die du jetzt schon kennst, nochmal anfragen würde, nochmal mit denen ins Gespräch gehen würde, glaubst du, dass man mit denen irgendwie mehr Umsatz machen könnte? Glaubst du, dass man mit den bestehenden Kunden Upsell machen könnte? Glaubst du, dass man einen ehemaligen Kunden zurückgewinnen könnte? Kriege ich zu 100% die Antwort ja. Aber keiner hat eine Strategie dafür. Und das ist genau das, was wir heute ändern. Und jetzt gucken wir uns einmal die Studienergebnisse an, die genau dazu passen. Es gibt nämlich zwei wichtige Dinge, die solltest du wissen, die jetzt gerade aktuell in dein Business einspielen. Als allererstes, Menschen entscheiden sich immer langsamer. Das ist verrückt, denn unsere Welt dreht sich immer schneller. Wir haben in viel kürzerer Zeit viel mehr Dinge. Wir haben Chat-GPT, wir haben die Themen, wir haben Chatbots, wir haben Roboter, die neu dazukommen, immer mehr Apps. Alles wird irgendwie online, digital. Alle Unternehmen werden schneller. Und wir Menschen werden langsamer. Wir werden langsamer, weil unsere Welt komplizierter wird und nicht einfacher, interessanterweise. Und das sieht man auch in vielen Zahlen, wenn wir beispielsweise einmal etwa 50, 60 Jahre zurückgehen. Hier wurden Studien gemacht und in diesen Studien wurde die Frage sich gestellt, wie viele Kontaktpunkte brauchen wir mit einem potenziellen Kunden, dass wir auf diesen ersten Termin oder den ersten Abschluss kommen. Und da ist damals die Zahl 7 gefallen. Das ist so im Marketing noch die heilige Zahl. Seitdem Rule of Seven, kannst du einmal nachgoogeln, Rule of Seven war die passende Studie dazu, da wurde genau geschaut, okay, wir brauchen im Schnitt 7 Kontakte. Und das war übrigens 1976 oder sowas. Und mittlerweile hat sich das Ganze gedreht. Wir brauchen im B2B nach aktuellsten Studien 20 Touchpoints. Und im B2C hat sich die Zahl einfach verdoppelt auf 14. Wir brauchen viel mehr Touchpoints. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir viel mehr Touchpoints ziehen können. Denn wie hat sich dann unsere Medienlandschaft verändert? So dieses früher, ich kann halt googeln und Ende oder ich kann halt nicht mal googeln und Ende, also da war ja die Zeit noch ganz anders, da hatten wir gar nicht diese Option. Wir haben nicht gewusst, dass es 18 Vergleichsangebote gibt oder dass ich bei einem Unternehmen mir anschauen kann, was sagen denn andere Kunden dazu, dass ich Referenzen nachgoogeln kann. Das hat sich halt verändert. Und diese ganzen Informationen, die jetzt mehr da sind, führen eher zur Verwirrung und sicher auch zu besseren, fundierteren Entscheidungen. Das mag sein, aber leider verlangsamt es unseren Vertrieb. Und das ist das, was im Endeffekt Marketing eigentlich teuer macht, weil das Dumme ist, wir müssen halt, wenn wir es falsch machen, diese 20 Touchpoints bezahlen. Entweder in Zeit, weil der Vertrieb manuell diese 20 Touchpoints erstellt, oder wir müssen es vorne im Marketingbudget rausgeben. Das heißt, entweder auch hier wieder Paid Ads oder wir müssen immer wieder die Sichtbarkeit aufbauen. Das ist doch der Grund, warum dir bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook, bei LinkedIn Leute ewig folgen und irgendwann dann zum Abschluss kommen. Ewig. Die folgen dir teilweise über Monate oder Jahre. Verrückt. Aber dagegen können wir nichts machen. Das ist erst mal Fakt. Und ein paar Fakten dazu habe ich auch noch. Und zwar gibt es sehr viele Studien zu der Frage, wie unterschiedlich ticken denn eigentlich Menschen, wenn sie schon mal bei uns was gekauft haben oder schon mal mit uns im Gespräch waren, also eine Anfrage gestellt haben, oder noch nie. Und hier gibt es ein paar Studienergebnisse, die haben mich umgehauen, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Die erste Frage nämlich, wie viel Geld und Aufwand müssen wir denn investieren, um einen Neukunden zu konvertieren oder einen bestehenden Lead zu konvertieren. Und hier kann man ganz klar sagen, mit bestehenden Daten zu arbeiten ist fünfmal günstiger. Kann man durch Zeit oder durch Geld aufwiegen. Also fünfmal günstiger einem bestehenden Datensatz erneut etwas zu verkaufen. Auch in der Conversion Rate sieht man das Ganze deutlich. Bei Bestandskunden, die ein einziges Mal was gekauft haben, einmal, ist die Conversion Rate sofort fünfmal so hoch. Bei Bestandskunden, die mehrfach was gekauft haben, ist es neunmal so hoch. Also auch hier mit den bestehenden Daten zu arbeiten, ist viel, viel wirtschaftlicher. Der Auftragswert bei bestehenden Kontakten ist im Schnitt 23% größer. Das heißt alleine, wenn du mit den bestehenden Daten mehr arbeitest, hast du hier schon mal 23% mehr Umsatz. Einfach nur, weil die Auftragswerte größer werden. Wir haben eine Kundin, bei der haben sich die Auftragswerte durch diese Strategie, die ich dir heute vorstelle, die Auftragswerte verdoppelt. Also da konnten wir das Studienergebnis mit Faktor 5 verbessern. Die Auftragswerte verdoppelt, einfach mit den bestehenden Daten. Up- und Cross-Selling. Auch hier die Frage, wie einfach kannst du denn einem neuen Kontakt nach dem Kauf was Folge verkaufen? Und wie kann man es bei bestehenden Kontakten? Bei bestehenden Kontakten geht es siebenmal einfacher. Auch hier, es ist nicht nur fünfmal günstiger der erste Kauf, sondern auch siebenmal einfacher das Folgeprodukt Cross-Selling, Up-Selling. Das Spannende auch hier, Fokus bei der Entscheidung. Also wie entscheiden sich dann eigentlich unsere Interessenten? Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir wollen natürlich Kunden, die nicht das billigste Angebot haben. Ich meine, wir haben alle irgendwie ein Hochpreisangebot. Logischerweise wollen wir nicht die, die nach Preis fokussieren. Dummerweise gehen aber Neukunden immer nach dem Preis und Bestandskunden kennen ja das Angebot und gehen deswegen viel mehr auf Qualität. Die können wir also viel einfacher verteilen. Und jetzt kommt die große Losfrage. Also wenn man sich das hier anschaut und merkt, okay, Bestandskunden kriege ich also fünfmal einfacher konvertiert, siebenmal einfacher in Cross-Sell platziert. Ich kriege im Schnitt 20% oder 23% größere Bestellwerte und sie achten mehr auf Qualität statt auf den Preis. Losfrage. Wie ist die Budgetverteilung denn in der realen Wirtschaft? Auch hierzu gibt es Studien und da muss ich sagen, das kenne ich sogar noch anders. Die Studien sagen, wir geben im Schnitt 80% für Neukunden aus und 20% für Bestandskunden. Und ich kenne ganz viele Unternehmen, bei denen ist die Quote eher 100 zu 0 oder 99 zu 1 oder 95 zu 5. Also die 80-20 halte ich hier schon für nicht typischerweise im Coaching-Business den Standard. Allerdings ist es einfach Irrsinn. Also es ist Irrsinn, den wir tagtäglich hinnehmen und wo uns Geld einfach flöten geht. Also wo wir einfach viel, viel Geld verlieren und wir nehmen es hin, weil wir halt über diesen Weg arbeiten. Und nun möchte ich dir die Strategie vorstellen und zwar im Detail, wie du einfach deinen Umsatz verdoppeln, verdreifachen oder vielleicht sogar vervierfachen kannst mit den bestehenden Daten, die du hast. Denn du hast ein CRM-System, da sind irgendwie schon Daten drin und ich sage dir, das ist ein Goldschatz, den du dir höchstwahrscheinlich so gar nicht ausmalen kannst. Als allererstes möchte ich einmal ganz kurz anfangen, was ist ganz wichtig zu wissen. Also, die Strategie, die ich dir jetzt vorstelle, die ist so lächerlich einfach, wie ich sie dir vorstelle. Du wirst denken, das ist ein Witz und nein, ist es nicht. Es ist kein Witz, wir haben es mehrfach in der Praxis bewiesen. Ich werde dir auch ein ganz konkretes Fallbeispiel zeigen, was sogar nicht mal besonders schön ist. Ich versuche hier nicht, die Zahlen besonders schön darzustellen, sondern eher konservativ zu rechnen. Das wirst du auch gleich genau in dem Beispiel sehen und ich sage dir auch, was wir bei anderen Kunden schon erreicht haben. Es ist lächerlich einfach. Dazu kommt, es geht extrem schnell. Also mit extrem schnell meine ich, die ersten Ergebnisse sind nach zwei Wochen da. Zwei Wochen nach Start hast du die ersten Ergebnisse. Es funktioniert sehr zuverlässig, das werde ich dir in der Fallstudie auch zeigen, dass das ein System ist, was jetzt nicht so ein Einmal-Peak ist und es ist total cool. Und wir treiben hier auch nicht gerade die nächste Marketing-Sau durchs Dorf, sondern es ist etwas, was seit Jahrzehnten zuverlässig funktioniert und immer noch zuverlässig funktioniert. Und dazu kommt, es kostet auch noch vergleichsweise wenig. Ich werde dir auch ganz transparent sagen, was sind die Kosten, die da auflaufen und dann wirst du denken, das ist ein Witz. Aber nein, es ist so ernst. Und ich meine, deswegen muss ich das vorweg schieben. Es ist halt nicht selbstverständlich, weil mittlerweile einfach immer mehr auf den Markt kommen, die halt jetzt gerade irgendein Thema haben. Und die haben vielleicht in irgendeinem Kurs gelernt, wie werde ich jetzt Hochpreis-Real-Agentur, wie werde ich Hochpreis-Copywriter und so weiter. Und das ist alles nett. Allerdings muss man mal sagen, mir fehlt ganz häufig, nicht immer, aber mir fehlt ganz häufig Substanz. Ich bin seit 2011 im Online-Marketing. Ich zähle im Online-Marketing als Dinosaurier. Ich war noch da, da gab es Instagram noch nicht, TikTok noch nicht. Und da hat man bei Facebook noch virale Reichweite bekommen, wie heute bei TikTok. Ich war noch da, als man wirklich mit einem Blog noch richtig Umsatz machen konnte, wo man mit Blackhead-SEO noch richtig Traffic erzeugen konnte. Wo du bei Google AdWords Klicks für 1 oder 2 Cent eingekauft hast. Das waren andere Zeiten. Und ich habe aber in diesen Zeiten einfach immer geschaut, was sind die Trends, wie funktioniert das und habe meine Agentur immer wieder ausgerichtet, immer wieder eine neue Strategie gesucht. Und diese Strategie, die wir jetzt haben, die fahren wir seit etlichen Jahren und sie bringt konstant Ergebnisse. Und da wir natürlich immer klüger werden in dem Prozess und diese ganzen Learnings, die wir gemacht haben, die kriegst du jetzt alle direkt mit. Da wir immer klüger werden, wird der Prozess immer besser. Der funktioniert seit Tag 1. Aber heutzutage haben wir natürlich noch bessere Zahlen als früher schon. Als allererstes, damit diese Strategie funktioniert, müssen vier Dinge passieren und zwar nacheinander. Die Parts sind auch alle ziemlich einfach. Als allererstes brauchen wir, also du an der Stelle, du brauchst eine grandiose Reputation. Das heißt ganz konkret, du brauchst Kundenbewertung. Bei Google, bei Proven Expert, auf Trustpilot, du brauchst Kundenbewertung. Und zwar nicht 10, nicht 20, sondern ein paar 100 oder vielleicht sogar 1000 und mehr. Du brauchst Kundenfallbeispiele, wo du das Ganze, wo hat der Kunde angefangen und wo steht er heute, einmal richtig aufarbeitest. Einmal wirklich die Kundenreise zeigen kannst und idealerweise hast du auch Videotestimonien, die du vielleicht bei deiner eigenen Live-Veranstaltung gedreht hast. Völlig in Ordnung. Das sind die Basics. Fast alle haben das, aber wenn du das nicht hast, wird diese Strategie höchstwahrscheinlich schlecht funktionieren. Oder wir müssen am Anfang der Strategie erstmal diesen Punkt abarbeiten, was man übrigens auch sehr einfach kann. Dann Part 2. Du brauchst Relevanz in der Botschaft. Das ist ehrlicherweise auch ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Hat im Endeffekt nur mit zwei Themen zu tun, nämlich mit der Segmentierung. Also bitte schreibe, bitte gehe nie alle Leads gleich an, denn alle Leads sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Historie, haben unterschiedliche Themen. Und deswegen können wir nicht einfach mit der Gießkanne über alle gehen und sagen, alle kriegen jetzt die gleichen Angebote. Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich ein Zielgruppenverständnis. Und da muss ich ehrlich sagen, das kriegt man mit KI extrem gut gelöst. Weil wenn du ChatGPT, wenn du dir mal ein Kundenavatar mit ChatGPT aufgebaut hast und dann siehst, wie gut ChatGPT diese Zielgruppe eigentlich versteht und dann Fragen stellst zum Problem, Herausforderung, sensationell. Also da kann man auch sehr gut mit arbeiten. Und wenn du im Prinzip deine Datenbank in einzelne Teilsegmente zerlegst und dann Zielgruppenverständnis reingehst, dann kriegst du hochgradig relevante Botschaften für genau die richtigen Zielgruppen hin. Das ist also relativ einfach, kriegt man auch gut gelöst. So, jetzt brauchen wir den nächsten Part, Schritt Nummer 3. Wir müssen jetzt die Anzahl der Touchpoints erhöhen. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt und gezeigt, wir brauchen mittlerweile 20 Touchpoints, damit wir jemanden haben, der sich dann zum Kauf entscheidet. Und das Problem ist, Menschen werden irgendwie auf dich aufmerksam, klicken vielleicht auf deine Lead-Ad, kommen auf deine Landingpage, tragen sich ein. Erster Touchpoint. Jetzt haben sie den ersten Strategie-Call und sie haben irgendwie noch einen Bauchkrummeln. Irgendwas passt nicht. Vielleicht fahren sie in Urlaub, werden danach nicht mehr erreicht. Vielleicht sind sie gleich telefonisch nicht erreichbar. Vielleicht haben sie jetzt gerade das Geld nicht. Vielleicht sind sie noch in einem anderen Coaching drin und, und, und. Da gibt es ja zigtausend Gründe. Es gibt auch ein paar echte Gründe. Es gibt ja nicht nur Einwände, nicht nur Vorwände. Es gibt auch ein paar berechtigte Einwände. Und es passt gerade nicht. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich sicherstellen, dass wir die Anzahl der Touchpoints erhöhen. Der häufigste Grund, warum jemand nicht kauft, ist mangelndes Vertrauen. Es ist nur nicht häufig ausgesprochen. Und hier müssen wir also auf die Menge der Touchpoints kommen. Und da gibt es irgendwo diesen Tipping Point. Und der Tipping Point liegt halt im B2B bei 20, im B2C bei 14 Kontakten. Und dann merkst du, steigt die Anzahl der Anfragen exponentiell. Es gibt natürlich Kontakte, die kaufen auch schon beim ersten Touchpoint. Logisch, davon leben ja ganze Industriezweige von, ich lerne dich kennen, ich bin im Erstgespräch, ich kriege den Auftrag. Und wenn dein Vertriebsprozess richtig gut ist, hast du hier natürlich eine gewisse Closing Rate. Die ist einfach schon spannend und deswegen hast du dieses Umsatzniveau auch schon. Aber das Gold liegt in der Tiefe. Das Geld liegt oben, das Gold in der Tiefe. Und deswegen brauchen wir die Anzahl der Touchpoints. Wir müssen also ganz systematisch die Anzahl der Touchpoints erhöhen. Und wenn ich sage systematisch, hat das systematisch mit der Zielgruppe zu tun. Das heißt, mit der Relevanz in der Botschaft und dem jeweiligen Segment zu tun. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, meiner Meinung nach, die Datenbank einfach komplett durchzucallen. Kann man machen. Aber wenn du die Datenbank kontinuierlich durchcallst, wird dein Vertrieb sehr schnell an dem Punkt sein, dass er das Gefühl hat, er macht Kaltakquise. Und dann wird wieder die Nummer kommen. Chef, wir haben kaum noch, wir haben keine warmen Leads mehr. Das heißt, das Problem ist, einfach alle anzurufen, ist nicht der lange Hebel. Und was wir jetzt brauchen, wir brauchen auch jetzt hier keine generischen Nachrichten. Wir brauchen eine hohe Emotionalität. Und die hat im Endeffekt mit zwei Themen zu tun. Einmal der Frage, wie gut beantwortest du die Kernfrage von dem Kunden? What's in it for me? Was habe ich davon? Warum soll ich jetzt dir zuhören? Umso besser du diese Frage beantworten kannst, umso mehr konvertierst du und umso emotionaler du es machst, umso mehr Probleme, umso besser du die Probleme adressierst, also umso besser du die Zielgruppe verstanden hast, umso präziser du die adressierst, umso besser. Und dann muss natürlich das Copywriting an der Stelle einfach stimmen. Ich sage einfach stimmen. Es gibt halt diverse Schematas, die funktionieren und es gibt bestimmte Frameworks, die funktionieren einfach richtig gut. Und die muss man halt einfach durchziehen. Und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen technische Sachen. Ja, es gibt ein paar technische Dinge, auf die man achten muss. Es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt das Ganze per E-Mail-Marketing machst, was wahrscheinlich die wirtschaftlichste Lösung ist, dann brauchst du halt ein Tool mit extrem guten Zustellraten. Zustellraten sind so ein Thema für sich. Ich alleine darüber könnte ich wahrscheinlich den ganzen Tag reden, um ganz kurz das Verständnis einmal dafür aufzumachen, weil das ist wichtig, dass man das weiß, weil das ist so ein blinder Fleck, den haben fast alle. Wenn du ein E-Mail-Marketing machst, dann wird die E-Mail, wenn du die versendest, wird die gescored. Da gibt es also eine Organisation, wie so ein Kreditscoring, könntest du es verstehen. Das nennt sich Senderscore und es gibt eine Organisation, die heißt Senderscore.org. Und die IP-Adresse, von der du versendest, die wird gescored. Und zwar anhand von dem, wie viele Mails versendest du, wie werden diese E-Mails geöffnet, gelesen, geklickt, wie häufig bounced das, wirst du auf die Blacklist oder auf die Whitelist gesetzt, ist der Empfänger bekannt oder unbekannt, ist er am Adressbuch gespeichert und so weiter. Gibt es ein paar Faktoren. So und jetzt ist es ganz wichtig zum Verstehen. Die meisten E-Mail-Tools arbeiten mit einem sogenannten Shared-IP-Versand. Das heißt, sie haben einen Pool, also kaufen eine IP-Adresse und auf dieser IP-Adresse sitzen Dutzende, Hunderte und ich habe es auch schon gesehen, tausende Unternehmen auf einer IP-Adresse. Brauche ich dir jetzt wahrscheinlich nicht weiter erklären. Wenn tausend Unternehmen von einer einzigen IP-Adresse versenden, dann hast du zwangsläufig, natürlich Leute, die haben gar keine Ahnung, was sie da tun, immer mit bei. Du hast Leute, die versenden an gekaufte Adressen, kriegen also hohe Blacklistings, kaufen irgendwelche Listen, wo Spamfallen drin sind, haben dann hohe Spamfallenquoten und so weiter und so fort. Also du hast Riesenprobleme in der Zustellrate und das Problem ist, du siehst es nicht, weil die Tools von sich aus versenden alle und sagen, ich habe 100% zustellen können oder die sagen, ja, ich habe 99,8% zugestellt, der Rest kam als Bounce. Das Problem liegt darin, dass ganz viele die E-Mail gar nicht bekommen. Sie bekommen sie einfach nicht. Wenn du eine Öffnungsrate hast, die irgendwo Richtung 20%, unter 20% ist, kannst du ganz sicher sein, irgendwas stimmt vorne nicht. Denn wir haben selbst mit großen Verteilern, also wir haben Kunden, die haben 300.000, 400.000 im Verteiler und haben Öffnungsraten von über 30, 40%. Es geht, wenn man weiß, wie. Das heißt, wir müssen hier einmal ganz wichtig, die Zustellrate von der E-Mail-Tour muss exzellent sein, das Tracking muss sauber funktionieren und natürlich müssen wir das Ganze auch gescheit an deinen CRM anbinden können, dann funktioniert das Ganze. So, die Strategie im Detail. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert wie folgt. Wir müssen als allererstes für dich die passenden Kanäle definieren. Die passenden Kanäle, die also zu deiner Zielgruppe passen. Da haben wir die Kanäle, die Sinn machen, so ein E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing, tatsächlich auch mal handgeschriebene Postkarten und Briefe und Telesales. So, Telesales gehe ich davon aus, hast du höchstwahrscheinlich eh schon drin. Dann bleiben das Thema handgeschriebene Postkarten. Keine Sorge, das kann man mittlerweile mit 3D-Druckern machen, die dann auch so aussehen, als hätte man die per Hand geschrieben. Ist natürlich jetzt kein so super skalierbares Medium und auch relativ teuer. Dann haben wir E-Mail-Marketing und WhatsApp-Marketing. Und hier finde ich tatsächlich die beste Lösung, die Kombination aus beidem. Warum? Wenn du einen Verteiler hast von, sagen wir mal, 20.000 Empfängern und du machst jetzt heiter WhatsApp-Marketing, dann versendest du an 20.000 Empfänger eine WhatsApp und die erste WhatsApp kostet dich 11 Cent. Das heißt, du hast einfach mal 2.200 Euro auf der Uhr für diese eine Nachricht, die du versendest. Wenn du jetzt im Monat viermal versendest, reden wir also über eine gute fünfstellige Summe, die du in diesen Marketingkanal setzt. Und da haben wir noch gar nicht die Monatsvieh für das Tool berechnet und noch gar nicht die Erstellungskosten und den Zeitaufwand und so weiter und so fort. So, vergleichbar E-Mail-Marketing, wenn du jetzt sagst, du möchtest an 20.000 Empfänger versenden, dann reden wir über eine Summe von vielleicht 200, 250 Euro im Monat für das Tool. Und dann kannst du aber viermal alles versenden. Das heißt, wir haben hier einen Kostenblock von fünfstellig zu 250 Euro im Monat. Wenn dir diese Info jetzt neu ist, dann weißt du, warum E-Mail-Marketing noch immer so hoch geratet wird. Weil natürlich ist ein Punkt ganz wichtig und den darf man nicht vergessen, der Gewinn liegt im Einkauf. Also alles, was du nicht ausgibst, musst du nicht erwirtschaften. Wenn du halt fünfstellig im Monat für Marketing, für alleine WhatsApp-Marketing ausgibst, musst du diese fünfstellig überhaupt erstmal amortisieren, um überhaupt erstmal auf Null zu kommen. Das heißt, der erste Kunde rechnet sich nur auf Null, vielleicht sogar der zweite Kunde nur auf Null. Und dann wird ab dem dritten erst interessant und beim E-Mail-Marketing ist es schon ab dem ersten interessant. Das ist halt ein wichtiger Unterschied. Aber WhatsApp-Marketing hat natürlich seine Berechtigung. Das heißt, ich würde hier immer an Teilsegmente WhatsApp versenden. Also als Beispiel, du hast einen E-Mail-Verteiler, versendest die erste, zweite E-Mail, machst eine Un-Open-Version und jetzt hast du immer noch Leute, die haben die erste und die zweite nicht gesehen. Jetzt kann man in dieses Teilsegment mit WhatsApp-Marketing reingehen. Das macht Sinn, weil dann versendest du halt nicht mehr 20.000, sondern vielleicht noch 400. Und das wiederum lohnt sich dann auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man muss als allererstes einmal die Kanäle definieren. So, dann müssen wir im nächsten Step die Botschaft definieren. Und die Botschaft definieren funktioniert über drei Instanzen. Die erste Instanz der Botschaft heißt immer Problembewusstsein wecken. Das heißt, wir schreiben die Empfänger in deiner CRM-Datenbank an mit einem Problem. Und jetzt wird es verrückt. Und zwar müssen wir natürlich das Problem der Zielgruppe adressieren. Und es gibt hier immer ein äußeres und ein inneres Problem. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, du hilfst Kosmetikerinnen erfolgreicher in ihrem Business zu sein. Dann gibt es ein äußeres Problem, was deine Kosmetikerinnen und Kunden haben. Und das äußere Problem könnte heißen, ich will mehr Umsatz machen. Dazu gibt es aber auch ein inneres Problem. Und das innere Problem heißt zum Beispiel, ich bin es leid, dass mein Mann mir für mein Kosmetikstudio Geld zuschießt, damit es funktioniert. Es macht also einen riesen Unterschied, ob du äußere oder äußere und innere Probleme adressierst. Das heißt, als allererstes, wenn wir E-Mails versenden, würde ich immer Problembewusstsein machen. Wir fangen an mit einem äußeren und gehen dann auf das innere Problem. Und hier kann man davon ausgehen, dass jede Zielgruppe dutzende Probleme hat. Das heißt, wir würden im ersten Step, würde ich dir empfehlen, Brainstorming zu machen. Und schreib einfach mal die häufigsten, fang an mit zwölf, häufigsten zwölf Probleme deiner Zielgruppe an. Und vor allem die Teilprobleme. Dann kriegst du zu jedem äußeren auch ein inneres Problem. Und dann hast du schon mal die Top 12. Und die kannst du dann scoren und sagen, was haben wir am häufigsten gehört und welche Probleme treten häufig auf, aber jetzt nicht so ganz, dass wir es in jedem Gespräch hören. So, das ist immer der erste Teil der Nachricht. Das heißt, die erste Nachricht, die du versendest, ist ausschließlich da, um ein Problem zu teasern. Und jetzt kommt das Verrückte. Dieses Problem lösen wir mit Content. Wir stellen also keine Anfrage. Wir sagen nicht, jetzt buch dir dein Strategiegespräch und alles, sondern wir versenden die erste Nachricht, wecken ein Problem und bieten eine Lösung an. Und zwar sofort. Natürlich wissen wir auch, in der Lösung erklärst du sehr viel vom Was und nicht vom Wie genau. Sondern da kommt ja die Anfrage danach. Aber du lieferst erstmal Content als Lösung, und zwar als kostenfreie Lösung. Das ist das, was deinen Expertenstatus einfach schärft und dafür sorgt, dass Menschen deine E-Mails, deine Botschaften als viel wertvoller empfinden. Weswegen sie nämlich die Nächsten sehr gerne öffnen. Und so kriegst du dann auch immer steigende Öffnungsraten hin. Der nächste Part ist, wir müssen das Lösungsbewusstsein stärken. Das heißt, wir verschenken ja den hochwertigen Content und bauen so genau Vertrauen auf, deinen Expertenstatus. Und wir machen natürlich auch dem Interessenten Mut zu handeln. Also es ist gar nicht schwer. Wir können das alles lösen. Und genau das ist das, was wir bei deiner Datenbank brauchen. Weil sie waren ja alle irgendwie schon mal im Gespräch. Sie haben an irgendeinem Punkt abgebrochen. Und jetzt wärmen wir sie auf. Und das sind genau die Parts. Wir brauchen Vertrauen. Wir müssen dich wieder als Experten oder als Expertin platzieren. Und wir müssen den Leuten Mut machen. Und erst in der dritten Nachricht, die wir versenden, gehen wir auf das Anbieterbewusstsein ein. Also auf die Frage, warum eigentlich mit dir? Und hier zeigen wir natürlich jetzt die komplette Palette. Bewertung, Case Studies, Zertifizierung, Alleinstellungsmerkmal. Alles, was du hast, knallen wir dann raus. Und wenn du jetzt fragst, in wie vielen Nachrichten versenden wir denn das? In drei. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Wir versenden also als allererstes eine Nachricht, die das Problembewusstsein adressiert. Danach stärken wir das Lösungsbewusstsein, geben unterschiedliche Lösungsfacetten her. Und in der zweiten Nachricht gehen wir eine Etage tiefer. Wenn du also jetzt, wir bleiben bei dem Beispiel, die Kosmetikerin, wenn du die adressierst, hast du das äußere Problem, das innere Problem. In der zweiten Nachricht adressierst du dann eine Ebene tiefer. Das heißt, du sagst dann, okay, was heißt denn nicht genug Umsatz? Nicht genug Umsatz, was machst du schon, was machst du nicht? Was sind eigentlich die Themen, die dir fehlen? Im ersten könntest du beispielsweise Strategien vorstellen, wie kann man einfach den Umsatz erhöhen? Und im zweiten, was läuft eigentlich schon falsch, wenn du den Umsatz gerade nicht hinkriegst? Vielleicht ist die Positionierung gar nicht passend, vielleicht hast du bestimmte Systeme bei dir noch gar nicht installiert, die aber zwingend nötig sind. Du gehst eine Etage tiefer. Das wiederum stärkt auch das Gefühl, dass jemand es mit einem Experten zu tun hat. Und wie gesagt, in der dritten Nachricht, Anbieterbewusstsein, da haust du raus, was eigentlich bei dir anders läuft. Und dann, so einfach es klingt, Repeat. Das heißt, wir machen das immer wieder neu, immer mit einem neuen Angle. Also wir starten immer diese dreiteilige, zum Beispiel E-Mail-Sequenz, immer wieder mit einem neuen Angle. Immer wieder mit einem neuen Angle. Immer wieder mit einem neuen Angle. Klingt verrückt, aber ich zeige dir jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Und zwar ein Fallbeispiel von einem Kunden. Der hat in den letzten sechs Jahren 8500 Kontakte aufgebaut. Das ist ehrlicherweise nicht viel. 8500 Kontakte. Wir haben Kunden, wie gesagt, die haben 300.000, 500.000. Wir haben sogar Kunden mit über eine Million Kontakten. Es geht, wenn du jetzt sehr stark auf Erstgespräch gehst, ist in der Regel die Zahl kleiner, aber die Qualität höher. Wenn du viel auf Lead-Magnet gehst, wird die Zahl massiv höher. Die Qualität sinkt ein bisschen, aber sei es drum. Wir haben jetzt ein Fallbeispiel. 8500 Kontakte. Und das in den letzten sechs Jahren. Da sind also durchaus Kontakte drin. Die sind schon echt alt, also vor sechs Jahren reingekommen. Und Kontakte drin, die sind natürlich jetzt gerade reingekommen. Hier arbeiten wir jetzt mit dieser dreiteiligen E-Mail-Serie. Und zwar nach dem Konzept P-Fact, also nach dem P-Fact-Framework. Das P-Fact-Framework brauchst du nicht googlen, wirst du nicht finden, das kommt von uns. Und das P-Fact-Framework heißt an der Stelle Problem, das ist das P. Und dann filtern wir das Engagement und dann kommt der Call durch den Vertrieb. Das heißt, wir versenden diese dreiteilige E-Mails und wir sprechen das Problem an. Äußeres Problem, inneres Problem, Details, Anbieter. Jetzt kannst du davon ausgehen, du wirst nach dieser ersten E-Mail-Serie sofort Anfragen erhalten. Haben wir immer. Wir haben immer Leute, die sofort konvertieren, sofort aufs Erstgespräch gehen und dann auch Kunde werden. Das heißt, hier in dem Beispiel haben wir es so gemacht, wir haben die 8.523 angeschrieben und 13, also im Prinzip hier, 0,15 Prozent haben direkt konvertiert. Einfach nur, weil wir uns mal wieder gemeldet haben. Völlig verrückt. Also, die Botschaft war ja nicht anders, das ist eigentlich alles gleich und auf einmal konvertieren sie und jetzt kommen sie ins Erstgespräch. So, und jetzt haben wir hier eine Gruppe, nämlich das Filter von Engagement. Wir haben also Empfänger in der Datenbank. Die haben die erste E-Mail mit dem Problembewusstsein gelesen, geklickt, haben den Content konsumiert, deswegen nämlich Content. Haben die zweite E-Mail bekommen, haben sich wieder erkannt gefühlt, haben sich wieder den Content reingezogen. Haben die dritte E-Mail bekommen und waren jetzt auf deinen Referenzen, auf deinen Case Studies, haben sich die Fallbeispiele angeguckt, aber irgendwie sind sie noch nicht konvertiert. Das ist eine noch größere Gruppe. Das heißt, Menschen, die deine E-Mails konsumieren, weil sie passen, alles anklicken, alles konsumieren, aber nicht anrufen. Und genau die Leads filtern wir jetzt automatisch. Wir filtern das Engagement und pushen die an dein CRM-System. Und in deinem CRM-System hast du höchstwahrscheinlich irgendwie eine Aktivliste oder eine Smart View-Liste, je nachdem, was für ein CRM-System du hast. Und dort entstehen jetzt eine warme Lead-Liste. Und ich kann dir sagen, wenn der Vertrieb die anruft, also bei uns, die streiten sich darum, wer die anrufen kann. Einfach, weil die Leads natürlich viel wärmer sind, weil wenn jemand deine letzten drei Nachrichten alle gelesen, konsumiert hat, den Content gesehen, die Videos, die Podcasts und jetzt kommt der Anruf, ist es eine logische Konsequenz eigentlich. Das heißt, wir haben hier ebenfalls 45 High-Quality-Engagement-Leads. Das entspricht nochmal 0,5% der gesamten Datenbank. und wir haben bei denen aktuell eine Terminquote von 75%, weil die ja super warm sind. Das heißt, wir machen erstmal die 13 Termine sofort und wir kriegen hier nochmal weitere 33 Termine sofort. Also, wir haben als Ergebnis hier 13 direkte und 33 nach dem Follow-up. Das heißt, wir haben 46 zusätzliche Strategiegespräche. das entspricht also 0,54% von dem Verteiler und das Ganze haben wir für ein Start-Setup, also im ersten Monat Start-Setup von 2,5%. Das entspricht also von 54 Euro pro Strategie-Call. Jetzt kann es sein, dass du sagst, 54 Euro pro Strategie-Call, Sensation, hatte ich lange nicht. Das wäre ein einfacher Weg und man muss dazu sagen, dass es im ersten Monat danach wird es günstiger. Und es kann sein, dass jetzt eine offene Frage bei dir ist und sagt, ja, das ist ja schön, aber wir versenden ja schon regelmäßig. Ich möchte dir ganz kurz den Hintergrund zu diesem Kunden sagen. Dieser Kunde hat in den letzten Jahren das Ganze nicht einmal gemacht und das ist nicht der erste Durchlauf, den wir haben. Der erste war erheblich erfolgreicher, nur wenn ich dir den sage, dann glaubst du mir gar nichts mehr. Da waren die Zahlen so utopisch hoch, dass wir gesagt haben, wir können das jetzt hier nicht als Case Study nehmen und behaupten, das klappt bei allen so. Das ist nicht meine Art. Ich würde hier lieber ein Beispiel zeigen von einer Datenbank, die, ich sage es jetzt mal leger, richtig durchgenudelt ist. Denn dieser Kunde hat über Jahre konsequent zwei wöchentliche Live-Workshops gemacht, Angebote versendet, wöchentlich Newsletter versendet, Sonderwebinare, Affiliate-Webinare und, und, und aufgebaut plus Telesales. Das heißt, das ist eine Datenbank, die wurden schon alle zigmal kontaktiert und das war jetzt hier nicht das erste Mal. Das heißt, die Frage, geht dieser Workaround dreimal, E-Mail, Problem, Lösung, Anbieter, geht das mehr als einmal Jahr. Das kann man immer wieder machen. Solange dir nicht die Probleme ausgehen, die dein Kunde hat, muss diese Kampagne niemals enden. Wir haben Kunden, bei denen läuft so ein Prozess schon in der zwölften, fünfzehnten Iteration. Das heißt, wir haben 15 Mal diese ganze Datenbank auf diese Art und Weise durchgewälzt und wir kriegen immer wieder solche Zahlen. Immer wieder. Auch hier ist es wie gesagt nicht das erste Mal, nicht das zweite Mal, sondern diese Datenbank, dieser kleine Verteiler wurde schon zig Mal angesprochen. Und hier sind übrigens auch Lead Magneten Leads drin. Also auch das ist eher gutes Zeichen dafür, dass wenn du zum Beispiel wirklich nur Erstgespräche anbietest und du hast ansatzweise die Kontakte, dass bei dir noch mehr geht. So das heißt, wir haben jetzt hier einfach mal aus dem bestehenden Verteiler 46 zusätzlich terminierte Vertriebsgespräche gemacht, terminierte Vertriebsgespräche Strategie Calls. Das heißt, wir haben dieses Follow-up und die Ergebnisse sind nahezu identisch. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe auch gesagt, die Kosten sinken mit der Zeit, denn wenn wir das ganze System fortsetzen, liegst du bei Kosten von etwa 1250 Euro plus Software schwankt natürlich ein bisschen über Verteilergröße, kann also auch 300 oder 400 Euro sein. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn die Preise steigen, hast du auch mehr Leads und dann wird auch die Zahl noch spannender. Das heißt, du kannst davon ausgehen, du brauchst etwa 30 Euro für einen Sales Qualified Lead, der sich selbst einen Termin gebucht hat oder den dein Vertrieb angerufen hat und zum Setting Termin machen konnte, weil sie Interesse hatten. Das heißt, wenn dein Verteiler auch weiter wächst, also größer wird als 8500, dann sinkt der Preis weiter. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir erst ab Datenbanken von 5000 anfangen, weil wir wollen natürlich, dass das Ganze hier eine hoch profitable Nummer wird und das wird es einfach umso größer die Datenbank ist. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 15.000, 20.000, 30.000 Leads hast, ist das ein Selbstläufer, weil diese Kostenpunkte bleiben identisch. Nur das Ganze wird niedriger und es ist an der Stelle komplett durchlaufender Posten skalierbar und es funktioniert immer wieder. Das ist vermutlich die wirtschaftlichste Maßnahme, um wirtschaftlicher zu werden. Und jetzt kommt was ganz verrücktes. Dieses System, was wir hier installieren, das läuft ja nicht als einmaliger Newsletter durch, sondern als Evergreen. Also alle Kontakte, die bei dir einen bestimmten Vertriebsstatus erreichen, laufen dadurch. Das heißt, diese Kampagne wird nicht jeden Monat neu entwickelt und neu ausgedacht und wir starten irgendwas neu, sondern diese Kampagne wird immer aneinander gereiht. Das heißt, wir haben im ersten Monat die ersten zwei Durchläufe, im zweiten Monat Durchläufe drei und vier, dann fünf und sechs und so weiter. Und wenn jetzt du nach einem Jahr, nach einem halben Jahr einen neuen Lead generierst und der kommt irgendwann auf genau den gleichen Status, konnte nicht abgeschlossen werden, hat nicht das Geld, will was anderes machen, etc. Kommt also in den Lead Status im CRM, dann durchläuft er nacheinander voll automatisiert diese Schleifen. Du musst gar nichts machen. Es gibt also Zeitaufwand später nahe Null und das System steht und wir haben ja auch schon diese bereits bestehenden Funnel und wir können natürlich in diesem bestehenden Funnel anfangen Split zu testen. Dann wird das Ganze eine super heiße Nummer. Das heißt wir machen dann Split Testing um Betreffzeilen zu optimieren, Botschaften zu optimieren, Landing Pages zu optimieren ich habe dir deswegen dieses vergleichsweise konservative Beispiel gezeigt, weil ich bin kein Fan davon, wenn du jetzt irgendwelche Werbung siehst, gibt es andauernd Leute, die sagen Faktor 10 ist alles easy going und ganz ehrlich ich kann dir sagen wie viele Angebote wir schon auf Herz und Hinn geprüft haben und was alles nicht funktioniert hat. Da kann ich ein Buch drüber schreiben. Es gibt ganz viele Dinge die nicht funktionieren und ich bin deswegen nicht der Fan dir zu sagen ja wir haben jetzt bei dieser einen Kunden haben wir den Auftragswert verdoppelt und wir haben die Anzahl wir haben wir haben eine Kundin da haben wir im Jahr über 1200 Neukunden mehr nur aus dem Bestand ist aber nicht repräsentativ weil die hat natürlich auch eine große Datenbank und ganz anderes Business möglicherweise ist also so ein Ergebnis das kann ich nicht garantieren kann ich nicht sagen ja hundertprozentig wenn du einigermaßen ähnliche Zahlen hast und du jetzt nicht irgendwie einen der vier Schritte hier oben falsch machst dann gibt es nichts was dagegen spricht dass das läuft wenn also deine Reputation aufgebaut ist du deine Zielgruppe segmentieren kannst und wir einfach die Menge der Touchpoints haben mit der richtigen Emotionalität dann ist muss man sagen es gibt natürlich ein Limit so wie ich am Anfang einmal gesagt habe um zu wachsen gibt es die zwei Möglichkeiten du kannst entweder immer neue Kanäle aufbauen oder alle bestehenden Kanäle effizienter machen ich würde dir empfehlen erst mal die Kanäle effizient zu gestalten und dann neue Kanäle aufzubauen und das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil wenn du es so gemacht du damit eine Effizienz geschaffen die für immer da ist verrückt die also für immer da ist das heißt wenn du jetzt einen neuen Kanal erschließt jetzt beginnst du mit TikTok Ads jetzt beginnst du mit LinkedIn Ads jetzt baust du von mir aus einen YouTube Kanal auf dann ist alles was dort reinkommt läuft am Ende in die gleiche Datenbank und danach am Ende in die Kampagne ob du dann schon irgendwann eine Datenbank also einen Datenbestand hast wie viel Zeit du investierst oder wie viele Iterationen schon durchgelaufen sind du kriegst es also durch dieses System hin in Zukunft schneller Kanäle zum Laufen zu bringen das ist der große Vorteil und das ist auch das was wir bei unseren Kunden sehen denn wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen den Hermann Scherer der macht Follow-Up System haben und jeder Kanal den er zusätzlich aufbaut sofort knallt also es gibt sofort Umsatz sofort Mehrwert und das ist das um was es hier geht das heißt dieser Effekt heißt wir können nahezu monatlich etwa 0,5% von deinem Verteiler in warme Leads konvertieren über die sich ein Telesales Mitarbeiter Vertriebsmitarbeiter wirklich freut das Ganze kommt aus ohne zusätzliches Budget für Ads wir müssen nicht irgendwie einen neuen Kanal aufbauen wir haben übrigens nie das Thema Kontosperrung etc gibt es hier alles gar nicht und um das einfach noch mal kurz zu sagen jeder Marketing Kanal kriegt einen besseren Return on Ad Spend und das bedeutet für dich du hörst nie wieder dieses Wort Chef wir brauchen mehr warme Leads und bist ganz entspannt und kannst dich um die Sachen kümmern die schon richtig gut gefallen hat und du sagst ich würde das Thema jetzt gerne auf die Straße bringen und habe aber noch Fragen oder ich würde vielleicht auch gerne eine Begleitung haben um dieses Thema richtig zu implementieren um schnell auf die Pipeline zu kriegen um schnell damit zu starten dann können wir dir gerne helfen diese Strategie zu implementieren entweder klickst du auf den Link in der Videobeschreibung www.autima.de dort kriegst du ein kostenfreies Strategiegespräch dann schauen wir einmal wie können wir das für dich implementieren was sind die richtigen Wege und dann geht es ehrlicherweise auch schon los denn das ganze System ist tatsächlich so einfach und so schnell umsetzbar wie ich es dir heute gezeigt habe ich hoffe das Video hat dir gefallen und ich hoffe wir sehen uns demnächst im Videocall